So, habe ich Ton? Ich habe Ton. Oh, keine Fotos. What a thrill. Ja, geht schon los hier. Ja, ich habe es euch versprochen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es dieses Jahr noch irgendwo klappt. Aber wir können jetzt chronologisch beginnen, Metal Gear zu spielen. Wir können jetzt mal den ersten Teil spielen. Wir werden auch nicht jetzt reinhauen. Wir werden morgen, hoffe ich, Witcher beenden. So, heute legen wir aber mit Metal Gear los. Weil, holy shit, es läuft endlich. Und es läuft gut. Segen. Ja, wir werden gefragt, was wir am liebsten spielen. Hat was damit zu tun, dass der Charakter dann anders aussehen kann, was ich total behindert finde. Aber wir nehmen das Standard. Oh, boys. Ich sage, das kriegen wir hin. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir speichern können. Wenn wir nicht speichern können, würde ich sagen, machen wir extrem. Wenn wir speichern können, ist das hier gar kein Problem. Weil das ist nice, wenn das Spiel automatisch vorbei ist. Wenn du entdeckt wirst, dass diese Funktion fehlt in Metal Gear Solid 4. Und macht es extrem nervig, einen Big Boss Run zu machen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß auch, dass wir spät erst an die Stelle kommen, wo wir es entdecken, nach Cutscenes. Aber ich meine, man kann ganz normal speichern. Und wird auch zu den letzten Ladepunkten zurückgeworfen, was ganz praktisch ist. Ah, der ist ein Kronensprecher. Wir sind Kronensprecher. Ah, Hideo Kojima Game. Oh yeah. Das ist es. Ich muss mich wieder angewöhnen, für Cutscenes auf dem Bildschirm zu gucken. Fliege nach Pakistan. Altitude 30.000 feet. Angekommen sowjetische Raum. 20 Minuten, um zu verlassen. Angekommen zur internen Depressurisierung. Angegängigungscheck. Arm-Paraschute. Alright. Du bist bereit, um zu gehen? Das ist eine geile Rolle. Die Kronensprecher sind noch eine hohe Pressure-Mass. Kavokai. Gut. Wir haben hohe Verständnis. King Major Zero. Hurensohn. Ich auch. Nein. 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 Does Pennywaste know what he's doing? Approaching release point. Ten minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Oh boys. Wie doch alles angemacht. Depressurization complete. Checking oxygen supply. Six minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. Two minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get in frostbite from the wind chill. One minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm, Arnold. This is one for the history books. The world's first halo jump. Ten seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. Five, four, three, two, one. Spread your wings and fly. God be with me. Another way to bring the help from the cannon. Was ist das? Eine virtuelle Mission? Das klingt wie eine Art Initiation-Ritual. Keine Ahnung, das ist nicht ein Training-Op. Genau. Also, was ist diese Wundervolle Mission? Na zwei Jahre vorhin, ein bestimmter Sovjet-Scientist in der Westen durch einen unserer Molten. Sein Name ist Nikolai Stapanovich Sokolov. Er ist der O.K.B. 754-Design-Büro, einer der Sovjet-Scientist in der Westen, und der größte Wundervolle Angelegenheit. Sokolov? Ist er nicht der bekannteste Wundervolle? Das gleiche. Auf April 12, 1961, die Sovjet-Scientist haben die erste Wundervolle in der Geschichte. Die Erde war blühe, aber es gab keine Gott. Das war gut. Der Reket, der Jury Gagarin in den Wundervolle kam, war der A1, der Vostok-Reket. Sokolov ist der Mann, der das viel verantwortlichste, für den multi-Engine-Cluster benutzt, in der Reket. Nach dem Flugzeug, Sokolov hat die Reket-Scientist in der Welt um den Körner des Neues. des Design Bureau. Von einem tehnischen Techniker zu dem Head des Design Bureau? Das ist ziemlich ein Erfolg. So, warum wollte er defect? Er hat sich Angst, dass er seine eigenen Verbrechen hat. Angst? Ich heiße es eine Krise der Bewusstsein. Und für das hat er seine Lande und seine Familie verlassen? Nein, genau. Eine von seinen Konditionen war, dass seine Familie auch sicher sein muss, nach dem Westen. Er hat eine Molte, um die Familie zu entfernen, und er hat einen Konditionen von Sokoloff über die Berlin-Wall. Ich war derjenige, der die Operation durchgeführt hat. Die Sicherheit auf der oberen Seite war, dann war es noch voll von Hohen. Dann was? Wir haben Sokoloff über eine Kondition, aber das ganze Ordeale hat ihn verletzt, und wir haben ihn in der Hospital in West Berlin. Er hat zwei Wochen und mehr als 600 Kilometer um von der Forschungsfassilie in der Sowjetunion zu Berlin. Er hat keine Kondition zu sagen, und es war nur eine Woche später, dass wir etwas viel größeres haben. Die Kondition der Kubanischen Krise. Oktober 16, 1962, Präsident Kennedy hat gesagt, dass die Sowjets in der Prozesse von einem Flugzeugen in der Küche in der Küche. Der Präsident hat gesagt, dass die Sowjets entfernen und entfernen die Missile. Auf der gleichen Zeit, er hat eine Flugzeugen in der Küche verletzt, um die Missile in der Küche zu erreichen. Aber die Sowjets nicht zurückkehren, sondern sie haben ihre Arme-Fürste auf der Rückseite. Auf der Rückseitektur, die Flugzeugen-Fürste, auf der Rückseitektur, auf der Rückseitektur auf der Küche. Die USA und die Sowjets wurden auf der Rückseitektur für eine all-out-nuclear-war. Die Sowjets in der EU verletzten, durch die EU-Fürste, und die Ausführung der EU-Fürste, um die Herr-Trigger-Stand-Off zu enden. Auf der Rückseitektur, auf der 28. Oktober, die Sowjets in der EU-Fürste, aus der Küche, und so die Welt hat eine nückelische Holocaust. Aber um die Sowjets in der EU-Fürste, mussten wir eine Verkaufnahme machen. Das heißt, die USA in der EU-Fürste, aus der Türkei zu entfernen? Nein. Die Jupiter-IRBMs, die in der Türkei in der Türkei, waren obsoläte. Und wir wollten sie auch wegnehmen. Sie hatten keine strategische Wert für die USA oder die Russische. Der Türkei war eine Runde. Eine Untertitelung, die zu den anderen entgegenzieren, in der Welt. Also, was die Russische wirklich wollen? Sokolon. Sie wollten uns zurück nach Sokolon. Das heißt, die Sowjets aus der Küche, um ihre Hand auf Sokolon zu entfernen? Das stimmt. Oh. Oh. Sokolon. Das stimmt. 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 ganz beschissen aus. Das stimmt. 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 Es ist ungewohnt, ihn so zu sehen. und jemanden könnte in die Richtung hören. Von hier an aus, wir werden mit Codenamen benutzen, um uns zu bemerken. Ihr Codename für diese Mission wird Naked Snake sein. Ich werde dich als Snake bemerken von jetzt an. Ich werde nicht sagen, dass ihr echte Namen. Snake? Was, du magst nicht Snakes? Was bedeutet das? Du hast ihn schon gegessen, hast du? In Survival Training. Ich bin glücklich zu hören. Ich weiß nicht, ob ich einen in ein Restaurant besuchen würde, aber... Sei es, du hast keine Wahl. Was für dich, Major? Was soll ich dich heißen? Hm, ich werde... Ich werde Tom. Ich werde mich Major Tom. Das wird eine Schmerzende Mission sein. Du musst nicht gesehen werden. Du musst nicht verlassen von dir. Ist das klar? Das Art von Infiltration ist die Fuchs Unit's Spezialität. In anderen Worten, Weapons und Equipment are für Kure on-site. Das geht auch für Essen. Du bist komplett naked, wie dein Name ist. Super. Jetzt verstehe ich, warum du mich fragst, ob ich Snakes mag. Ich glaube, dass mich Snakes nennen würde, war deine Idee von... Nachvollziehbar. Nein. Ich fand den im Mittel wie Solid 1 auch nachvollziehbar. Entschuldigung. Zurück zu dem Thema. Wie soll ich mich genau dazu beitragen? Du hast einen Knopf und einen Trankerlager getestet. Und benutze sie, um zu essen zu essen. Du findest auch einige Medikamente in deinem Backpack. Ja, über den Backpack. Ich habe ihn in einem Baum verloren verloren. Ich habe ihn verloren verloren. Ich verstehe. Dann besser gehst du zurück und holst es dann. Du kennst, wo es ist? Zero. Ich verstehe nicht. Ich habe ihn in einem Baum. Ich habe ihn in einem Baum. Ich habe ihn in einem Baum. Ich werde ihn auf dem Baum. Ich werde ihn auf einem Baum. Ich werde ihn in einem Baum. Ich werde ihn auf dem Baum. Ich werde die Regionen über die Radios. Wir können nicht gefährden, zu verhindern, die Luftfläche der Sowjetunion, aber ich werde in der Schlepp. Meine Frequenz ist 140.85. Ich werde dir einen Telefon, wenn ich Sie mit Ihnen besuchen. Wenn Sie mit mir besuchen, benutze die Funktion von Send. Okay, Snake. Geh deinen Backpack. Ich werde das gewinnen. Also generell, jetzt auf dem Bildschirm zu gucken, zum Spielen, ist ja erstmal kein Problem. Aber ich kenne Metal Gear Solid 3 noch als Playstation 2 Version ohne das hier. What? Okay, das... Ich werde es wahrscheinlich nicht allzu oft benutzen, weil das meine ganze Ansicht auf das Spiel zerstört. Es ist cool, dass ich es kann, aber holy fuck. Das ist echt ungewohnt, man. Ich sehe, dass du deinen Backpack entfernt hast. Büro, mach das zurückgängig. Um ein Weapon zu erzeugen, ist es notwendig, es aus deinem Backpack zu erzeugen. In der Survival Viewer wähle die Weapon aus dem Backpack. Deine notwendigen Weapon werden in einer Schraubung in der upper left. Von dieser Liste wähle die Weapon, die du erzeugen willst, und press das Enter-Button. Für andere erzeugte Items mach das gleiche aus dem Items. Got it. Use den Survival Viewer Backpack. Ach doch, nicht für 10 Minuten. Der Survival ist fundamental in dieser Mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too Traeger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? He's not still. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost snake in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and U.S. government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one have issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of FOX as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm Paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack, for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking. But I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserve to save frequency. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Holy shit, Paramedic has to be a message to him. You remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Oh boy. That's right. It's me. Old feelings. Talk to me. Let me hear your voice. It's been five years. 72 days and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now, doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No. It had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural born fighter. But you're not quite a soldier. A soldier is a political tool and nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient. Loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. And so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms. Constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything. Even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. Alright. But do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh. And one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive. Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a permit class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Dr. Sokolov, this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Oh boys. So, nachdem wir die Cutscenes geschafft haben. Wenn wir die Cutscenes schaffen, siehst du? A life Pause? Ach, one more minute? Was? Was? Oh, was? 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 Wir haben das erste Gespräch verpasst, die werden irgendwann wiederholt, aber weil wir es jetzt verpasst haben, kriegen wir ein neues. Möttliche Solle 6, schreib dir das ab, ja. Okay, gute Glück, Snake. Danke. Nein! Okay, sie will nicht mit uns reden. Ja, ich habe gerade eben X gedrückt, um das Menü zu quitten. Das Problem war aber, dass ich X gedrückt gehalten habe und er dann direkt den ersten Dialog geskippt hat. So, wir beginnen unsere Mission, aber vorher möchte ich gerne unser Equipment ein bisschen austauschen. Wir haben jetzt halt die MK22 ausgerüstet, die werden wir aber nicht brauchen. Obwohl, vielleicht für Tiere. Okay, wir packen sie doch wieder zurück. So, dann kriegen wir mal los. So, was ganz interessant ist, wir haben auch in Metal Gear Solid 3 schon einen Tarnmeter und man sieht hier im Gras ist die Tarnung ziemlich gut. Unterschied zu Metal Gear Solid 4, was wir ja die Tage schon mal angespielt haben, ist, wir können nur laufen, halt auch schleichen oder uns direkt hinlegen. Ja, dieser mittlere Schritt fehlt leider, aber ist jetzt nicht so schlimm. Was in dem Spiel ganz interessant ist, wir haben hier auch verschiedene Tarnungen, die wir ausrüsten können. Man sieht hier Olivgrün, Blattmuster. Ein Blattmuster wäre jetzt zum Beispiel besser und wir können während des ganzen Spiels unsere Tarnungen immer ausrüsten, wie wir wollen. Da wir gerade im Wald sind, ist das Blattmuster gar nicht so verkehrt. Das Wald, die Waldtarnung können wir ebenfalls ausstatten und sind jetzt geduckt halt schon bei 65. Eben waren wir bei 80 oder so, als wir gekrochen sind. Jetzt sind wir bei 90, heißt quasi unsichtbar. Die MK22 ist keine Betäubungswaffe. Doch, tatsächlich. Ich hatte im Kopf, dass Betäubungswaffen blau sind, aber das ist nicht Metal Gear Solid 4. Du hast recht. Also das Zielen finde ich definitiv besser, wie in Metal Gear Solid 4. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass wir nicht diese mittlere Haltungsposition haben. Das ist echt ungewohnt. Ah, hier sind wir. Krokodile. Ja, tatsächlich. Einer der ersten Fallen, in die ich damals gelaufen bin in dem Spiel. Ja, die Krokos, die sind auch gar nicht mal so schwach, leider. Ja, man sieht, der ist direkt angriffslustig. Ich weiß gar nicht, ja wir können aus den Knien raus angreifen. Das heißt, wir holen uns mal einen Krokos. Ja, die halten ein bisschen aus und machen nicht so viel. Also die reagieren nicht, wenn wir von der Seite aus angreifen. So, wir haben jetzt dreimal Krokodile und damit unsere erste Nahrung in diesem Dschungel auf jeden Fall gesichert. So, wir können, falsche Taste, wir können das jetzt essen, bringt uns noch nicht so viel. Nahrung, ich weiß gar nicht, ob man es essen muss direkt. War lecker. War lecker. So, jetzt haben wir es gegessen. Ich weiß nicht, ob man es essen muss oder ob man es nur frisch aufheben muss. Aber jetzt können wir zum Beispiel unsere, ja, Gesundheitsexpertin quasi dazu befragen, wie es zum Nahrungsmitteln steht, die wir gerade gegessen haben. Ich sehe, du hast einen Indien Gavial. Der Indien Gavial ist ein Krokodil, das in den Krokodil in den Krokodil in Indien und Nepal war. Warum sind die Indien Krokodil hier? Sie sind Krokodil, die hierher gekommen sind, aber es kamen und wurden wilde wieder. Indien Gavials sind große Krokodil. Ich habe den Krokodil, das war großartig. Atomische Forschung, die nahe vorhanden wurde. Hier gibt es noch einen Loot. Ein Schalldämpfer. Ich meine, wir haben noch einen, aber desto mehr Schalldämpfer für unsere Betäubungspistole, desto besser natürlich. Das ist eine Schlange. Die können wir fangen. Ich meine, warum nicht? Haben wir was zu essen? Aber ich muss nicht noch an die Pistolensteuerung gewinnen. Gefangene Tiere sind länger haltbar, deswegen ist das ganz clever, wenn man das macht. Ich sehe, du hast einen Reticulatet-Python. Der Reticulatet-Python ist die lange in der Welt. Die größten können 10 m in der Höhe sein. Obwohl sie nicht so sind, sie sind noch sehr gefährlich, so beachtest. Sie haben ein sehr ferociouses Temperament, und sie können vollen, sogar large, wie Deer und Pigs. Der wichtigste Faktor ist die Mesh-Pattern der Größe. Diese Mesh-Pattern acts als eine sehr effektive, natürliche Camouflage. Wenn du denkst, dass es ein Reticulatet-Python gibt, pay close attention zu deinen Städten. Otherwise, du kannst du getrennst, bevor du überhaupt wissen, dass es da ist. Right. Aber wie sind sie das? Huh? Sie sind gut. Du hast eigentlich einen. Warum sonst würde ich fragen? Cannibal. Was das war das? Nothing. Let's see what die Guide sagen. Ah, du bist in Glück. Es sagt, sie schmeißen ziemlich gut. Gut. Ich kann gar nicht warten. Ach. Ja, man merkt schon, sie ist nicht so begeistert davon, dass wir hier alles essen wollen, aber wir werden uns einmal quer durch den Dschungel fressen. Gewöhnt euch dran. So, nächstes Gebiet. Guck mal, was ich cooles hab. Oh, Cutscene wartet. Oh, ich weiß, was sie uns jetzt beibringen. Wir kommen jetzt gleich auch an Honig. Sie sind wahrscheinlich KGB troops, sent to guard Sokoloff. AK-47s. Und Grenades. Okay. 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 Ah, schon gemacht. Wir würden genau die Tarnung schon haben. Wenn du einfach auf und ranst, wie ein Idiot bist, bist du verletzt. Aber wenn du anstürzt bist, sollte du nicht zu sehen sein können. Du kannst sehen, wie effektiv deine Camouflage ist, indem du den Camo Index schlägt. Der Camo Index zeigt, wie gut deine Camouflage aktuellen mit der Umgebung. Je höher die Value, je schwerer du bist, und vice versa. Der Schlag ist, dass du dich mit der Natur einst. Bleib das in minde, als du durchgehst, ok? Guck mal, was ich hab. Ist das cool? Ich stehe euch! Ja, da hinten kommt schon so ein Hobbit. Ist cool, weil ich noch keine Ahnung hab, wie CQC hier geht. Razortrust, vielen Dank für 10 Monate Treue! Mit Kreis, ok, in dem Game ging es mit Kreis. Ja, es gibt ein Auto. Ja, das ist mir! Ja, das ist mir fast. Ja, das ist mir lecker! Ja, das ist mir lecker. Ja, das ist mir lecker! Heißt ihr, ich remrête最 esperar! Kartei, die kennengelerin der Linköse zu sehen! Jetzt ist mir, das out два, glaube ich. Ziemann in der neue Zeit, dass ich jetzt zu verbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann nicht vorwärts. Doch, jetzt kann ich vorwärts. Ich wollte gerade sagen, ich meine, da hinten wäre noch einer. Gehen wir mal in die Richtung. Boah, dass man sich nicht direkt wieder hinstellen kann. Na, vorwärts. Ja, wir müssen so ein bisschen durchs Gebiet schleichen, aber das ist jetzt nicht die Herausforderung bis jetzt. Ich meine, man sieht, wir kommen ganz gut durch. Da hinten laufen zwei, aber die sind auch kein Problem. Hier gibt es den Secret-Extra-Loot. Kriegt er durch? So, und wohl eines der besten Items im Spiel, wenn man im Gras versteckt ist. Aber wir müssen zuerst ausrüsten. Und ich gehe noch ins falsche Menü. Das wird erstmal Ungewöhnung. Brauchen du was aber noch nicht. Easy. Easy. Boah, ist das einfach auf eine 1080p Worldjumper Spiel. Boah, war das früher grausam. Oh, fuck boys. Munition sparen. Wir spielen gerade das Tutorial. Nur mal angemerkt. Wir haben ein paar Framdrops, Jungs. Deswegen speichere ich hier nochmal sofort. Du willst. Nein, ich habe noch nie gehört. Diese Wissenschaftler sind ein Ort tief in der Amazon genannt, der der Black Lagoon. Und sie werden von diesem Fischmann-Tag. Und es gab diese Szene, wo die Heroin für einen Schwimmer geht und die Kreatur auf sie von unter Wasser schlägt. Oh, ich dachte, mein Herz würde stoppen. Ich meine natürlich, die 3D-Effekte von It came from outer space waren viel mehr intensiver, aber... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? Ja, wagt Marok. How rude! Why do you say that? Because no one on earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. We can call Paramedic and see if she has something to say. The gauge below your life gauge is your stamina gauge. It shows, as the name suggests, your remaining stamina. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. Excessively low stamina can often impede your mission objectives. Make sure you replenish stamina before that occurs. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Ja, sieht so aus, als würden die Framerobs sich jetzt nicht wieder sofort fangen. Mein Vorschlag ist, ich mache hier einen Cut, weil das sonst auch in der YouTube-Aufnahme ist und gehe online, sobald die Statistiken wieder besser aussehen für den Upload. Klingt für mich nach dem Sinnvollsten, was wir machen können. Es tut mir leid, ihr wisst, ich kann einfach nichts mehr machen. Es ist einfach nur purer Cancer. Deswegen sage ich mal, bis gleich.